Hallo meine Lieben und Willkommen zurück zu einem neuen Video, ne, falsch, dich da wollten wir, hm, hm, wir reisen mit dir, so, miau, wo reisen wir denn hin, da haben wir zu den Brüdern reisen, zu ihm reisen, zu ihr reisen und ihr Hallo sagen, oder zu den zwei Schwestern, so, ja, der ist nicht zu Hause, der alleinerziehende Papa, oder zu einer Familie, hm, ich würde sagen, wir reisen erst mal zu ihr, ne, wir fahren, äh, wir nehmen Penny mit, und Penny kann sich ja da anzweiten, so, Penny ist unser Liebling, gerne auch, aber Penny ist das ganz, 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 ganz besonderes, so, wir freuen uns erst mal hier mit, Äbte an, wie heißt ihn du nochmal, was, Flavi, ok, interessanter Name, Okay, das mal bekochen. Mit größten Fang angeben. Mach immer ein Kompliment, wie ihr aussehen. So, und wir können dich jetzt erstmal ein bisschen kennenlernen und anfreunden. Und dann haben wir noch eine Freundin. Darüber Interessen. Und dann hören wir mal ein bisschen von der Natur. Oh, wir wollen hier nicht beleidigen. Wir wollen uns hier anfreunden. Zählen wir mal eine lustige Geschichte. Umfesselnde Geschichte. Dramatische Geschichte. Wie das alles passiert ist, dass du jetzt hier gelandet bist. Dass du ein bisschen streit... Oh, ist das mit Alkohol? Dass du eine streit mit deinen Eltern hast. Oh, Penny? Das gucken wir uns aber nicht hier ab. Oh, das ist das mit Alkohol. So, wunderbar ausdrücken. Und während die beiden sich anfreunden. Wir sehen uns dann nachher wieder. Die blöder Stoffern. Oh, das war der Stoffen. Oh, der sie verlief. Oh. Oh, die blöder Stoffner. Oh, die blöder Stoffner. Das war die Stoffner. glowing. Wambaboy Cueba Vigsa Fibna? Fina? Oh, Kinneku Wambaboy Cueba? Yebes Yasen Arp Mump Tranjela Shopsen Eh, Murna Quanky Vadish Curba Wambaboy 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 So und ganz zum Schluss machen wir dann noch ein Foto! Boah, da haben sich jetzt ordentlich gut angefeindet! Okay, Penny, lass dich nicht doof anmachen hier! Oh, ist das nicht süß! Was heißt süß, ist das nicht schön? Wenn wir das so machen können wir dann nicht besser? Nein, so ist besser, okay! Wir machen mal ein paar, weil manchmal ist das auch nicht gut geworden! So So Freundlich Freundlich Ähm Ähm Ist der jetzt zuhause? Ist nur eine Schwester zuhause Wir gehen mal zu den Brüdern Und dann Herr Nimi Oh, sie sind sehr gut befreundet schon Das ist Wird das auch Eine unserer besten Freundinnen Wir gehen erstmal die Nachbarn ein bisschen begrüßen! So Dann Klafen wir bitte an die Tür Die Hundis sind sogar hier draußen Und haben schon auf die Veranda gegart So, wir dürfen reinkommen! Wie seid denn ihr? Äh Oben Und hier draußen Also zu uns ist einer So So Dann Geh dir dich mal vorstellen Aber wo ist denn der andere? Der war doch eigentlich auch da So Keine Ahnung wo der Bruder auf die ist Dem Sehschel Shut Oh Da ist er Ja Da geht Wichtiges Das ist Und auch mal kommt die Leit Lern W廢 Oh, wir können nicht ins Leben in mir Jib Kimba Oh ja! Oh! Fick, das will ich gerade rein! Nice! Okay, der Bruder hat ab! Der sagt ab! Der hat keinen Bock mehr, der Bruder! Der ist doch der Bruder! Oh ja, der ist doch der Bruder! Oh ja, der ist doch der Bruder! Ey, das war ein Hund in Ruhe! So cool! Der Arm und der Hund hier! Oh ja! Oh, nachher haben wir gerade gefragt, nicht? Ah, der Bruder, der Koch! Okay, der uns auch nicht abgehauen ist! Wir freuen uns mal mit dem bisschen und danach mit dem Bruder! Ja, der Bruder! Ja, der Bruder! Oh, die Bruder! Ah! Oh, die Bruder! Oh, die Bruder! Oh, das ist doch der Bruder! Oh ja! So, wo ist denn hier? Da ist der Bruder und er ist traurig. Geh dich mal freundlich vorstellen. Kommt der Bruder jetzt runter? Jups. Jup, jup, jup. Oh, was? Das ist doch die eine, oder? I don't know. Doch, muss er. Ich will nicht erstmal wieder in die Steuerung herreißen. Hallo. Du sollst dich freundlich vorstellen. Kannst du mit dich beiden Brüdern unterhalten und anfreunden? Tschüss, Ladekabel? Ich merke schon, du magst ihn mehr, wa? Dabei kennst du den Bruder doch gar nicht. Oh, das ist wirklich mal ein schmutziger Witz. Oh, das ist wirklich mal ein schmutziger Witz. Oh, okay. Was ist das? Der hört voll interessiert zu. Der Bruder ist einfach mal so mh-höh. Ich habe Gasbeleidigung. Hausbeleidigung. Ich meine, man kann ja nicht mit allen befreundet sein. Ah, habe ich nicht gesagt, im nächsten Part machen wir Umstyling? Das machen wir auch nachher. Wir müssen eh gleich nach Hause. Aber ich habe Hunger. Oh, sorry. Wie sind die gerade bei uns an der Hand? Schöner ihm mal den Tag. Dafür, dass er... man versucht immer aufzummen. Guten Tag. Na, hallo. Ich gehe von der Tour schwärmen. Ich mache immer wieder traurige Stimmung. Ich glaube, die braucht... er braucht auch irgendwen, mit dem er reden kann. Oh, okay. Er ist so klug. Aber mit... Mit dem er halt reden kann, der nicht mal sein Bruder ist. Und... Na, mal... Machen wir besser mit ihm ein Foto. Und dann machen wir ihm nochmal vom Herzen... Kompliment. Hallo, 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 hallo. Ich möchte ein Foto machen. Oh, ich will dich nicht kennenlernen. Sorry, aber, nöö. Ich möchte vor allem mit den Brüdern gerade gerne ein Frucht... Schau, dass man kein SZ-3-Plattung kommen kann. Ist ein schönes Gruppenfoto. Ist auch schön. Da kann man auch direkt ganz viele... Ah, Dankeschön... So, Foto machen wir mit, dann machen wir mit ihm noch Foto. Von seinem vollen Sportausfiet. Ich würde sagen, dann reisen wir erstmal nach Hause. Ich glaube, Penny fühlt sich hier ziemlich wohl. So in einem schönen, großen Haus. Oh, ich weiß nicht, irgendwie sehen die gerade voll gut zusammen aus. So. Perfekt! Guten Abend ihmal! Oh, wir sind schon soeben gute Freunde geworden. Yay! Machen wir ihm mal. Kompliment noch! Kulturschwärmen, wo ist denn eigentlich der Bruder? Okay. Okay. Probe mal herbei. Oh, komm. Du kannst dann nochmal schmeicheln. Aber möchtest du Arzt werden? Oh, ich bin nicht so glücklich. Sorry, vergessen. Du kannst dann auch die Bruder machen. Du kannst dann auch die Bruder machen. Waaah! Eee. Ahhhh, das ist klar. So, dann kannst du ihm auch nicht mal ein Kompliment machen, warum ist er kukett? Wir sind doch nur... Wunderung ausdrücken. Erzähl ihm dann noch mal eine größte Geschichte. Und dann gehen wir nach Reisen dann nach Hause. Ja, weil wenn man hier kocht, wenn wir uns hier was zu essen machen würden, das finden die halt nicht toll. Äh, ich glaub der Bruder ist arbeiten gegangen. Ich muss sagen, weil er ist nicht mehr... Nicht mehr da hau! Ah ne, der ist da oben. In seinem Schlafzimmer, okay. So. Äh, das machen wir anders. Wir reisen. Geht schneller. Äh, hier. Wir reisen. Wir gehen mit Annie. Und dann... Kannst du jetzt erstmal... Wir machen. Wir machen. Äh... Sandwich dann essen. Und die Sound noch essen. Wir werden die auf jeden Fall nicht zu uns einladen. Da unser Haus einfach noch nicht fertig ist. Und wie es noch peinlich ist. Dass quasi jetzt gerade mal nur das Badezimmer so gut wie fertig ist. Fehlt dann noch jedes Regal. Ein bisschen Deko und ein Wandtücker. Sonst ist das ja... Ein bisschen fertig. Fenster. Und dann vielleicht noch überm... Klo ein bisschen Bilder oder so. Ein paar Bildchen. Ah, ne Türe für die Tierchen fehlt auch noch. Jo. Wir sehen uns nachher. So. Wir mutigen unseren Weg mal wieder zu Paarung. Das ist ja Frühling. So. Dann wieder. So. Die ist noch ihr Bütterbrötchen weiter. Da das mit der Katzenzucht... Ja leider nix wird. So. Jetzt kannst du das dann eben abspülen. Und dann werden wir das umstyling machen. So meine Lieben. Wir werden unsere Lina jetzt mal eben schnell umstylen. Ihr werdet das Endergebnis dann gleich sehen. Und dann werden wir das noch mal weiter. So. So. Ja. So. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Ja. Weil ich finde die passen voll gut zusammen. Wir haben das selber gemacht, war wirklich nicht beschwert. Wir lernen ihn nochmal kennen. Lauf bei dir. Und die erzählen ihm manch drei vertrauliches Geheimnis. Und er bietet auch nochmal ein bisschen fern. Na klar bedient euch einfach alle. Nächste Morgen eingebrochen. Ja, geh auf Klo und dann kannst du Reste essen. Gehen wir an die sind schneller. So, ich würde nämlich sagen, also 5 Uhr und machen wir nicht. Kannst du das hier bitte aufbischen? Oh ja, aber Penny möchte spazieren gehen. Gar kein Ding Penny, lass uns kurz essen und dann gehen wir joggen. Würde ich sagen, oder Leute? Gehen wir mit Penny joggin. Also bis gleich. So, jetzt geht sie mit Penny joggen um 8 Uhr morgens. Wer ist denn jetzt Maggie? Ach, die Kuss. Oh Gott. Die vermehren sich da ja auch wie dicker Nickel, wa? So. Sehen wir uns gleich wieder, wenn sie wieder da ist. Also wie sind wir zu Hause? Oh naja. Oh. Wird ich ihm mal herein, bevor wir jetzt. Dann hier aufwicht. Ich mein, es ist unser bester Freund ja jetzt. Also. Können wir ihm ja eigentlich davon erzählen, oder? Also ihm ja zeigen, wie wir wohnen. Wie wir leben. Uh, wir können das Battlezimmer fertig machen, glaub ich. Sollte reichen, das Geld. Hoffe ich. So, jetzt bitten wir ihn herein in unser bescheidenes Häuschen, was überhaupt noch nicht fertig ist. Oh mein Gott. Heilig eigentlich, aber egal. Das ist unser besser Freund. Ich hoffe, er wird nicht schlecht reden. Wieso kannst du das denn nicht aufwischen? Wir schauen. Wir schauen, was wir hier. Wir schauen. Jetzt habe ich noch mal wieder, was wir sehen. Unsere Rechnung ist da! Oh mein Gott! Aber es geht! Mach mit ihm mal einen Klopp-Witz! Pani, wie bist du? Ja komm mal ganz schnell nach Hause, du! So, wieso schläfst du wieder? Ach, ich will Paco jetzt aber auch nicht weggehen. Aber wir müssen ja Pipis machen! Ich wollte gerade sagen, nice! Der läuft rein und läuft raus! Obwohl, jemand zu zählen würde! Nein, da ist ja auch mal recht! Okay, wir haben sonst keine Brust! Okay! Und wir sind kuckert! Wovon auch immer! Dann erzähl ich ihm mal einen schmutzigen Witz! Ich weiß doch nicht warum das fett ist, also unter Romantik aber... Ich find daran jetzt nix! Okay, ich war so über... gestern! Ja, gestern war echt schön! Über den Strand! Mit den ganzen Leuten! Das müssen wir mal wieder machen! Das müssen wir mal wieder machen! Wir können natürlich mit deinem Bruder reden! Wir können natürlich mit deinem Bruder reden! Nichts Schlimmes! Ab! Tschüss! Ich kann es verstehen, dass du nicht hier bleiben willst! So, ähm, füllen wir bitte wieder alle Schüsseln! Danach... machen wir endlich das Badezimmer! Hoffentlich! Zu Ende! Was ist denn hier eigentlich mit dem Bananenchen? Nein, geht immer noch nicht okay! Dass wir dann endlich das Badezimmer fertig machen können! Und uns dann die Küche widmen! Unser Wohnzimmer... oder machen wir Wohnzimmer! Und dann kann ich nämlich auf der Couch schlafen! Und dann kann das Bett... oder wir tun das Bett... Ach wohl, wir können es auch der Küche widmen! Und stellen das Bett dann einfach hier in den Pfoten an, Jenke! So, Baumodos! Wir wollen... Badezimmer fertig machen! Aber wenn die P raises können... Vermitteln darf ja erst mal ein erst mal Sunday! Das will auch unsere FlGB das haben, ich lobbies! Von der Brille wenn das rauskommt. Und dann ist es das gute Lösung. knapp die P früh wie es so brewing! Und jetzt wäre es jetzt eben so gut wird ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Du, Leutis. Das war's dann erstmal. Drei Fenster. Ähm, automatische Lichter. Dieses. Haben wir nur hier Lichter. Aber wir haben Lichter drinne. Wir haben da noch ein paar Bilder hingehangen. Und wir haben das letzte Regal-Fetch gekriegt. Ups, falsche Seite. Tada. Und da ein Handtuch. Was ich finde. Das ist super. So, dann gehen wir auf die Türchen. So. Und dann mit den Lampen. Finde ich super. So, dann kannst du nochmal Reste essen. Und dann kannst du schlafen gehen. Und ich hoffe, dass wir dann jetzt bald die Wände also die Fenster weitermachen können. Dann ist das nämlich komplett fertig. Und dann, ja. Kommt die Küche. Nach der Küche kommt dann, würde ich sagen, Wohnzimmer. Danach Waschraum. Zu guter Letzt an der Flur. Dann gehen wir hoch. Ja, klar. Komm vorbei. Wir wissen ja, dass es dir gerade nicht so blendend geht. Darfst du gerne vorbeikommen. Gar kein Thema. Auch wenn uns das Haus so peinlich ist. Aber hey. Hier. Dann drück mal deine Bewunderer und aus. Dafür, dass es so stark ist. Und was auch immer er für Probleme hat, damit es super umgeht. Wir sind zwar nüde, aber hey. Egal. Okay, das war gut. Okay, das war gut. Okay, wir werden Interessen. Dann einmal noch mal bitte hier. Und das bitte. Ich will da grob und Geschichten erzählen. Ich mach ihm mal ein Kompliment, da er ja trotzdem immer noch so gut aussieht, obwohl ihm für die Tage zu schlecht ging. Dann... ...erhalte man tiefgründig Unterhaltung mit ihr. Sie erzählen ihm einfach, sie erzählt ihnen jetzt, dass sie immer für ihn da ist, wenn irgendwas sein sollte, dass er sich bei ihr jederzeit melden kann. Egal, zu welcher Uhrzeit sie ist immer für ihn da, wenn jemanden zum Reden braucht. Oder einfach nur mal ein bisschen Ablenkung vom Alltag, dass sie dann was zusammen machen kann. Und dass die Nachbarn hier alle so ein bisschen komisch seien. Und dann erzählen ihm nochmal eine fesselnde Geschichte, dass mein Bruder eben auch schon da war. Und das ist ein bisschen... ...durch den Wind war... Und jetzt so ein hell... Was hältst du davon, wenn wir so einen Insiderwitz erfinden? Das... Wenn es was schlecht geht... Wir den Witz einfach erzählen... Dann weiß... Dann weiß ich direkt, oder du direkt, dass es uns echt wie es geht, dass wir... bei den anderen wegwissen... ...und... ...reden müssen... So ein kleiner Geheimcode, das nicht jeder direkt mitkriegt, dass... Oh mein Gott! Die geht schlecht! Weil... Ne... Fassade auch recht erhalten! Dass es einem immer super geht! Und... Man lässt nur bestimmte Röhrleute hinter die Fassade blicken! Okay, er geht. Dann kannst du essen und dann kannst du schlafen! Würde ich mal so gut sagen! So! Wieder zu Hause! Und sich halt abgenommen zu haben! Weil die sich gerade so angekriegt hat! So! Dann gehst du nochmal schön unter die Dampfendüschbuche aus! Wir haben... Oh! Wieder was zum Weiterentwickeln! Nice! Okay, jetzt hat hier nicht mehr... Wo ist da? Da, ne? Und du... So! Also bitte drehen... So! Wir haben die hier noch gepflückt! Die... Pflanzen... Wir... Jetzt auch mal einen! So Leute, sie schläft! Wir machen... Versuchen jetzt... Wir gucken jetzt, wie viele... Ähm... Fenster wieder... Platziert bekommen! Dann ist das Badezimmer nämlich echt... So! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hab's jetzt so gestaltet. So wartet mal, wir machen mal die Lampenversion. Ich hab's jetzt so gestaltet. Zurück. Nein. So. So hat das ungefähr so gereicht. So sieht unser Wartezimmer auf jeden Fall jetzt aus. Wir sind fertig. Nice. Dann können wir jetzt bald dickig anfangen. So. Aber wir sparen da erstmal genug zusammen. Wir können's hier noch verkaufen. Und nochmal alle gießen, wenn du sagst was. Und alle jeden weiterentwickeln. Und weiterentwickeln. Und da hinten bitte dann auch gießen. So. Und unser Hundi wird irgendwie nicht schwanger. Wieso bist du denn jetzt wach? Du Gott, stopp. So. Wir ersetzen da erstmal. Und dann gehst du bitte nochmal schlafen. So. Liebe Leute. Weil jetzt die Gartenarbeit fertig hat. Und es dir super geht. Fände ich doch mal wieder schön, wenn wir reisen würden. Uns die Clique wieder zusammensuchen. Und reisen. Wir haben nicht viel Geld. Aber wie wär's denn, wenn wir diesmal hier hin reisen. So. Wir nehmen Dup 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 mit. Ja. Wir müssen eigentlich mal unsere andere Freundin auch anrufen, ne? Also mit nett. Und wir die Clique einbinden. So. Wir quatschen jetzt ein bisschen mit denen. Machen uns einen schönen Tag. Oh. Er ist mir glücklich. Ah. Klopp Klopp. Bits. Demo. Jviamente. Under. R45. Das ist mir glücklich. chum. Ja. Ja. Und der Kommandant finde ich! Kannst du mit allen nochmal Fotos machen? Oh du schöne Erinnerungsfotos! Ob er Single ist? Jetzt sollte er sein. Wieso ist Penny hier? Penny! What are you doing here? Hä? Wieso zuhause? Okay! It's okay! Ich muss hier nur von der Hausführer Oh, ist das nicht schön? Wieso? So, wie gehen hier nochmal überhaupt Fotos? Ja, das war Eisen! Okay! So, wie geht's Penny? Okay! Das war's. Ich bin da. Oh! Ich bin da. So, ein bisschen spät geworden, aber vielleicht nimmt er die Einladung ja trotzdem noch an. Und er scheint die Einladung anzunehmen. Ich musste eben noch Restaurants platzieren, weil ich total vergesse, dass ich mir gar keine platziert habe. Ja. Stummerchen. Ich muss mir jetzt mal gucken. So. Dann hier, also hier einmal um den Tisch bitten. Und dann kannst du ihn mal freundlich umarmen. Die Wunderung ausdrücken. So, und dann geht ihr mal bitte hoch zu eurem Tisch, damit wir Essen bestellen können. So voll schick angezogen und dann Fronchur. So, was ist das? Ja, geh mal zu Tisch. Geh zu Tisch. Zu Tisch gehen. Die Dame wartet da ja schon. Oh, sogar draußen. Dann sind wir jetzt Pause. So, siebten... naja, machen wir mal eher zusammensitzen, damit der auch nicht wieder aufsteht. Freundlich. So, kurz Pause, bevor da irgendwer aufsteht. Jetzt müssen wir noch über Essen klaudern. Ja, geht's nicht schlecht. Oh gosh. Dann nochmal kennenlernen. Tiefgründige Unterhaltung, ne? Da. Dann für Tisch bestellen. Dann hat nochmal eine tiefgründige Unterhaltung. Oho. So, er nennt das. Oder? So, ich bin dafür. Oh Gott, teuer. Egal, wir gönnen uns ja sonst nichts. Wir nehmen das. Okay, dann nimmt er das. Dann nehmen wir mal eben sein Getränk. Vorspeise nehmen wir nicht, weil dann Essen gehen. Dann läuft nicht mehr. Hauptgericht. Okay. Dann nimmt er das und wir nehmen das. Das Getränk. Blubb. Ohhhh. Ratschen. Blubb. Ich mach ihm mal ein Kompliment über sein Aussehen. Dass er heute ja echt gut aussieht. Dass er sich ja extra schick gemacht hat hierfür. Dass uns das freut. So, dann erzählen wir noch eine fesselnde Geschichte. Und wir sind direkt Krokett. Er ist einfach nur glücklich. Er ist einfach glücklich mit uns hier zu sein. So. Ohhhh. Versuchen wir mal ein anderes Spruch. Okay, ich fand er gut. Okay, jetzt ist er sehr krokett. Wir auch. Was ist denn hier? Heißes Date zum Abendessen. Abendessen? Check. Der absolute Lieblingsfilm von Lina? Check. Alle Voraussetzungen sind erfüllt. Die Lieblingsfilm. Und da kommt unser Essen. Dankeschön. Stellung, kannst du bitte gehen? Und... Genau. Können wir jetzt über das Essen reden? Weil wir haben Zeit jetzt. Warum fragt man nach Lieblingsleben? Was soll's? Davon Essen schwärmen? Und nochmal von Essen schwärmen. Warum war da jetzt eigentlich schwarz? Also warum kann da so schwarzer Rauch aus? Und warum ist hier ein Trauer? Ach so. Trauer nach der Feiertag, aber... Jetzt müssen wir noch einmal über das Essen reden. Dann haben wir das auch geschafft. Dann... Perfekt, dann können die mal Essen essen. Verabredung küssen. Auf Verabredung küssen. Das kriegen wir gut. Ah, küssen! Wo ist die Verabredung? Da könnten sie ja eigentlich erst Kuss haben. Oh! 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 Ganzes gutes Essen! Immerhin bezahlen wir es ja auch. Zählt das auch? Unter Küssen? Ja, das zählt auch. Okay. Ist akzeptabel! Nee. Zählt das auch. Kann ich nicht machen. Ja. Na, setz dich auch mal wieder hin. Das Gespräch läuft einfach von alleine. So super, ey. Also, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ob die zusammen passen, ja oder nein, oder ob wir nach jemandem anders Ausschau halten sollen. Oder irgendeine Beziehung ruinieren sollen, aber nicht von unserer besten Freundin. Nein, nein, nein. Ausleben wir noch andere auf dieser Insel. Jetzt können wir uns da irgendwann aussuchen. Zweideutiges Gespräch. Oh, drei. Ich find's einfach so schön. Sie verstehen sich einfach so super. Der war noch kein einziges Mal gemein oder sonst was. Und da, das habt ihr leider nicht gesehen, aber er hat auch dreimal um eine Verabredung geweten. Aber da habe ich dann Nein gesagt, weil erstens waren sie noch am Schlafen. Ja. Die Verabredung ist super gelaufen. Das ist doch gut. Und sie sitzen immer noch hier und quatschen. Ja, dass man nicht wieder füttern kann, so. Weil die sehen, kennt ihr diese verliebten Liebespaare, wenn die essen gehen und dann hier sagen, oh koste mal. Das wäre ja auch noch voll süß. Also hier, ähm, bitten Freund zu sein werden wir noch nicht machen, genau wie das. Ich finde dafür ist es noch zu früh. Die kennen dich jetzt drei Tage. Und eine Woche jetzt. Ja. Ich mach' mal noch. Nun, wir stellen noch mal was zu trinken für uns. Was soll der Geiz? Was gutes wird, ihr erstmal lange nicht mehr essen und trinken, sowieso. ähm... Kriegen sie beide... das... So, recht zichten und ich glaube, dann können wir gleich noch damit bezahlen und dann haben wir ja noch. So, Einheitsklo, da hat Klöschchen hier. Ja, das ist das Männerklo, wenn ich das richtig sehe, dann ist das das Männerklo. So, at home, da ihr gerade hier steht. Da hat der Osten stand es da an. Das war doch jetzt gar kein Grauenhofter. Ach so, ach doch, wir sind essen gegangen, da war das Event ja schon. Ne, war gar nicht vorbei. Ach doch, der Liebestag war vorbei. Stimmt. Ah, okay. Komm, hol dich mal aus und dann kannst du schlafen gehen. Weil du müde bist und sobald du ein Bettchen bist. Gucken wir mal nach dem Boden für die Küche. Nein. Wir dürfen noch keinen Job annehmen. Erst wenn unser Haus fertig ist und wir dann viel Geld auf der Kante haben. So, Pause dann. Gucken wir uns jetzt mal an, ob wir irgendwie einen schönen Laminat haben. Ne, ich glaube nicht, war schon richtig hier. So. Also, ich g الط, wenn du mit dem. So. Also, ich nehme meine Brie. Ich nehme noch zurène. So, wenn. So, wenn du mit der Kantea in die Lampen haben. Also. So, ich glaube nicht. So, ich nehme mir mal dort. So, ich nehme dir die Lampen. So, ich nehme mir drauf. So, ich nehme dir die Lampen keine. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.